Also ich bin Jay Alexander, ich bin Sänger, genaue Berufsbezeichnung wäre Tenor. Das Gefühl auf der Bühne zu stehen und Publikumskontakt zu haben, das ist für mich enorm wichtig. Da wo meine Familie ist, da bin ich zu Hause. Kloster Maubronn ist für mich auch nach Hause gekommen. Ich habe dort geheiratet und unser Sohn der Elias wurde getauft. Ich bin so ein stark heimatverbundener Mensch. Ich fahre oftmals hunderte von Kilometer in der Nacht nach einem Konzert nochmal nach Hause, um einfach bei meinen Lieben zu sein. Ich glaube an die Kraft der Gemeinschaft, egal in welchem Lebensbereich man ist. In der Gemeinschaft erreicht man wesentlich mehr als Einzelne. Persönlich würde ich mir von ganzem Herzen wünschen, dass wir all den Menschen, die nach uns kommen, eine wunderbare Welt, eine doch relativ gesunde Welt hinterlassen können. politischen Moment. 2 Bescheid DING